Die Macht der Magie Liebe Zuschauer, willkommen. David Beckham spürt darauf. Sebastian Vettel tut es auch. Der eine spielt mit der magischen Zahl 7 auf seinem Trikot, der andere nimmt eine ganz bestimmte Münze mit auf seine Rennstrecke. Kleine Rituale in der Hightech-Ära, nicht nur unter Sportlern, weit verbreitet. Magisches Denken ist so alt wie die Menschheit. Der sogenannte Stein der Weisen beflügelte die Fantasien vieler und die Angst vor bösem Zauber führte tausende von Frauen auf die Scheiterhaufen. Diese Zeit des Hexenwahns ist Gott sei Dank vorbei. Doch Hellseher und Wahrsager, die haben noch immer Konjunktur. Der zweifellos berühmteste Vertreter seiner Zunft war ein Franzose, Nostradamus, ein Prophet der Katastrophen. Was all dem zugrunde liegt, zeigt unser Autor Christian Frey. In unserem ersten Fall geht es um das Streben nach Glück und um magische Rituale, an die viele von uns glauben. Torjäger David Beckham, Englands berühmtester Fußballer, hält eisern daran fest. Die magische Zahl sieben auf dem Trikot als ganz persönlicher Talisman. Auch Bayern München-Spieler Mario Gomez macht's nicht ohne. Er zieht zuerst den linken Schuh an, dann den rechten. Das hilft ihm siegen, meint er. Und wenn Sebastian Vettel auf die Strecke geht, fährt immer eine Münze mit als Glücksbringer. Auch wenn er, wie er sagt, nicht wirklich daran glaubt. Man kann sich durchaus darüber bewusst sein, dass das eigentlich zum Erfolg nicht beitragen kann. Aber trotzdem neigen Menschen in bestimmten Situationen dazu, wo Zufall und Gewinn eine wichtige Rolle spielen, dass sie dann ihre eigenen abergläubischen Verhaltensweisen entwickeln. Kleine magische Rituale. Aberglaube im Hightech-Zeitalter. Im Sport weit verbreitet. Wie passt das zusammen? Ich hab den Eindruck, dass unsere moderne Weltsicht so eine ganz dünne Lackschicht ist auf einem ganz dick aufgetragenen magischen Denken. Das gehört zum Menschen dazu und ist normal. Magisches Denken ist so alt wie die Menschheit selbst. Davon sind Wissenschaftler seit langem überzeugt. Es ist Teil der Eigenschaften, die uns Menschen zum Erfolgsmodell der Evolution gemacht haben. Wir haben nämlich die Fähigkeit, Ursachenzusammenhänge zu erfassen. Das war in der Vergangenheit ein großer Vorteil. Und wir haben die Fähigkeit, uns gestern und morgen vorzustellen und dass wir uns sogar eine Anderswelt vorstellen können. Himmel, ewige Yachtgründe, in der Mächte walten, die uns positiv oder negativ beeinflussen können. Wir können nicht anders, als auch magisch zu denken. Der Südwesten Frankreichs. Hier lebten in der Eiszeit vor rund 30.000 Jahren kleine Gruppen von Jägern und Sammlern. In der Höhle von Lascaux schufen sie überraschend realistische Wandgemälde. Für die Wissenschaft weit mehr als bloße Dekoration. Das ist eines dieser magischen Prinzipien. Man bildet etwas ab, zum Beispiel ein Tier, und hofft dann, dass dieses Tier, also diese Abbildung, sich sozusagen günstig auswirkt auf den Jagderfolg. So könnten sie ausgesehen haben. Magische Rituale für die Jagd. Mit den Zeichnungen stimmen sich die Krieger ein auf den Zweikampf Mensch gegen Tier. Da spielt natürlich Psychologie eine große Rolle. Also man könnte heute sagen, heute wird zum Beispiel eine Fußballmannschaft mental trainiert, indem sie sogar, es gibt Sportpsychologen, die sagen, sie müssen im Traum an das Fußballspiel denken und alle Bewegungen im Traum durchführen. Das kann man trainieren. Und dann sind sie einfach besser. Also zur Zeitalter der Höhlenmaler haben die halt den Traum hingemalt. Das heißt, es ist eine mentale Vorbereitung auf eine spätere Situation. Und es hilft natürlich, also zu behaupten, das sei alles nur Irrationalität, es ist Unfug. In abgelegenen Teilen Sibiriens leben heute noch Jäger und Sammler, die uralten Traditionen folgen. Für sie hat jedes Tier eine Seele, einen Geist. Geister, mit denen Magier oder Magierinnen vor der Jagd in Kontakt treten. Schamanen, Wissende werden sie genannt. Sie sind für die Jäger von großer Bedeutung. Es gibt zwei Seinsbereiche. Das eine ist unsere natürliche Welt, in der wir uns zurechtfinden. Und dann gibt es darüber sozusagen, oder dahinter oder daneben, noch so eine geistige Welt. Und nun, was ein Schamane macht, der vermittelt zwischen diesen beiden Welten, der kann, der hat es gelernt, mit dieser geistigen Welt, mit den Dämonen zu sprechen. Und die, und das ist Sinn und Zweck, verfügbar zu machen für unsere Welt. Schamanen beschwören das Jagdglück und besänftigen die Tiergeister. Sie reisen in Welten, die den Normalsterblichen verschlossen sind. Vermutlich waren sie die ersten Magier in der Geschichte der Menschheit. Letztendlich geht man davon aus, dass das in der Steinzeit genauso gewesen ist, weil die Anthropologen feststellen, dass die unterschiedlichsten Jäger- und Sammlerkulturen diesbezüglich sich nicht unterscheiden. Sie haben alle Rituale. Sie haben alle magisches Denken. Und von daher gesehen ist es eine vernünftige Hypothese anzunehmen, dass hier magische Rituale eine große Rolle gespielt haben. Und wir sind genau genommen immer noch die alten Mammutjäger, auch wenn wir heutzutage mit der U-Bahn in die nächste Stadt fahren. Oder mit dem 700 PS-Boliden auf die Rennstrecke. Unser magisches Erbe fährt immer mit. In unserem nächsten Fall geht es um Hellseher und Wahrsager. Der Glaube ans Übersinnliche. Der vielleicht erfolgreichste Wahrsager aller Zeiten. Krake, Paul. Acht Vorhersagen, acht Treffer bei der Fußball-WM 2010. Waren da wohl magische Kräfte am Werk? Wir wollten den Kraken ja zu unseren Psy-Tests einladen, bei denen wir jedes Jahr Leute testen, die von sich glauben, dass sie übersinnliche Fähigkeiten haben. Er ist dann leider vorher gestorben, sonst wüssten wir es jetzt ganz genau. Aber auch so ist der Krake, Paul, ein gutes Beispiel dafür, dass man mit bloßem Raten oder mit dem Zufall immer besser liegt, als alle Hellseher, Wahrsager und Astrologen zusammen. Ist das wirklich so? Die Schamanen in Sibirien lesen die Zukunft aus Schafsknochen. In Afrika nimmt man Cola-Nüsse, um in die Zukunft zu sehen. Und bei uns die Kristallkugel, das Pendel oder Tarotkarten. Wozu das alles? Es gibt bestimmte Entscheidungen, die sind so existenziell wichtig und haben so viele Aspekte, dass man die einzelnen Aspekte nicht getrennt voneinander abwägen und aufsummieren kann. Und deswegen gucken die Leute ins Horoskop oder lassen sich Tarotkarten legen oder lassen sich Handlinien lesen. Das ist schon seit jeher in allen Kulturen drin. Sie reden nicht gerne öffentlich darüber, doch inzwischen weiß es jeder. Auch Staatsmänner holen sich Rat bei Wahrsagern und Astrologen. Ronald Reagan und seine Frau Nancy. Genauso wie François Mitterrand. Frankreichs wohl berühmteste Astrologin erinnert sich. Als ich ankam, sagte er mir immer das Gleiche. Er sagte, comment je vais moi, comment va la France. Wie geht es mir und wie geht es Frankreich? Aber wie geht es mir, das kam immer vorher. Auch der berühmteste aller Hellseher war Franzose. Er lebte im 16. Jahrhundert im provenzalischen Saint-Rémy. Michel de Notre-Dame, bekannt als Nostradamus. Der Seher der Apokalypse, des Weltuntergangs. Eigentlich war er Pestarzt und Astronom. Um das Jahr 1555 herum verfasst er diese weltberühmten Zenturien des Nostradamus, also etwa 1000 vierzeilige Gedichte. Und da rätselt man nun eben bis heute dran herum. Hatte Nostradamus magische Einblicke in das Getriebe der Welt? Seine Gedichte sind in einer geheimnisvollen Symbolsprache verfasst. Eine Mischung aus Altfranzösisch und Latein. Die Kartons von Nostradamus sind fast beliebig interpretierbar. Das heißt, man kann eigentlich nie eine Vorhersage aus ihnen ableiten. Aber man kann natürlich, wenn ein Ereignis eingetreten ist, sagen, das könnte ungefähr passen. Was die Nostradamus-Deuter aus seinen Versen herauslesen, ist eigentlich immer finster. Naturkatastrophen. Kriege. Sogar Hitler. Hitler taucht in den Zenturien gar nicht auf. Nur das Wort Hister findet man des Öfteren. Und das ist einfach der alte lateinische Namen für die Donau und wurde von Nostradamus auch genau in dieser Bedeutung verwendet. Aber weil das eben so ähnlich klingt, ist das eines der Schlüsselwörter, auf das sich heute die Interpreten und Deuter ganz besonders gerne stürzen. In einem Fall aber legte sich Nostradamus fest. 1999 werde ein großer Schreckenskönig vom Himmel kommen. Und danach herrsche der Kriegsgott Mars. Die Vorhersage für einen Atomkrieg? Vernichtet ein Meteor die Welt? Die Anhänger des Seers sind alarmiert. Auch der Modeschöpfer Paco Rabban. Er ruft dazu auf, Paris zu evakuieren. Ich hätte auch meine Klappe halten können und einfach aufs Land fahren und den Dingen ihren Lauf lassen. 20 Millionen Tote und das war's. Aber ich habe mir gesagt, dazu habe ich nicht das Recht. Wie sagt Gott zum Propheten Ezekiel in der Bibel? Wenn der Seher die Gerechten nicht warnt, kommt deren Blut über ihn. Ich wollte ruhig schlafen können. Und tatsächlich, pünktlich zum vorhergesagten Termin am 12. August 1999 geschieht etwas Außergewöhnliches. Totale Sonnenfinsternissen. Lag Nostradamus also doch nicht ganz falsch? Sind tatsächlich magische Kräfte im Spiel? Diese Zyklen, wann wieder eine Sonnen- oder eine Mondfinsternis stattfinden würde, die kannte man auch vor 500 Jahren schon. Und auch in der Literatur, die Nostradamus zu seiner Gegenwart herausgegeben hat, waren immer wieder astronomische Ereignisse beschrieben und vorausgesagt. Der Anbruch des neuen Jahrtausends ist glücklicherweise nicht so düster, wie vorhergesagt. Es gab keinen Atomkrieg und auch keinen Meteoriteneinschlag. Wir leben noch, allen düsteren Prophezeiungen zum Trotz. In unserem nächsten Fall geht es um Hexerei und Hexenwahn. Ein tödlicher Aberglaube. Regenzeit in Afrika. Zeit der Hexenjagd. Jahr für Jahr fallen hier unschuldige Frauen dem Hexenwahn zum Opfer. Das düstere Kapitel der Menschheitsgeschichte auf dem schwarzen Kontinent ist es noch immer aktuell. Nachts hörst du sie überall rumrennen. Und wenn du rausgehst, bringen sie dich um. Begräbnisfeier in Südafrika für eine sogenannte Hexe. Sie musste sterben, weil sie angeblich einen Blitz schickte, der einen Mann tötete. Jede von ihnen kann die Nächste sein. Sündenböcke. Für schlechtes Wetter, kranke Kinder oder totes Vieh. Insbesondere, wenn Zeiten schwierig werden, dann ist es gut, jemanden zu haben, dem man die Schuld zuschieben kann. Weil man sich auch dann selbst damit entschuldigt. Man hat sozusagen das Problem festgemacht. Wenn ich die Hexe töte, habe ich das Übel beseitigt und kann wieder beruhigt schlafen gehen. Ein ganzes Dorf voller Frauen, die ihrer Hinrichtung im letzten Moment entgangen sind. Doch nicht.